Hallo und herzlich willkommen bei Schapenator.de, dem Versandhandel für Messerschärfgeräte und Messerschleifzubehör. Und heute in unserem Video möchten wir wieder ein Messer schleifen. Diesmal mit dem K03 Pro. Und wir schleifen ein Fallschirmsprenger Bundeswehr BW, denke ich mal, dass es für Bundeswehr steht. Fallschirmsprenger Messer. Ich glaube nicht, dass es so original ist. Hat, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 30 Euro gekostet. Mein Sohn hat gefragt, ob das wirklich von jemandem verwendet worden ist. Also zumindest die Form, ob das als Fallschirmsprenger Messer verwendet worden ist. Wenn es jemand weiß, kann das gerne reinschreiben. Kurz zu dem Messer. Was haben wir hier? Das ist ja ziemlich starken Fingerschutz hier unten. Ist produziert von MFH. Die Marke kenne ich nicht. Also ich kann weder sagen, ob es gut noch schlecht ist. Holzgriff, richtig klassisch irgendwie. Für die Finger keine Aussparung. Für die Finger bisschen dünn. Also zumindest für meine Hand. Die Klinge ist hier 16 Zentimeter lang. Also da brauchen wir schon ein berechtigtes Interesse, wenn man sowas mitführen möchte. Jetzt hatte ich das Messer schon drin gehabt, eingespannt gehabt und haben vergessen den Schärfetest vorher nachher zu machen. 260. Nehmen wir den kleinsten Wert 260. Das ist wichtig. Jedes Mal, wenn ich mein Schleifgerät versetze, auch wenn ich auf dem Tisch den Winkel ändere, muss ich das neu kalibrieren. Kalibrieren. Wir setzen den hier rein. Schrauben fest. Wichtig ist, dass er hier parallel ist. Dann den hier draufsetzen und schauen, dass das komplette Plan aufliegt. Also nicht so hoch. Dazwischen darf kein Licht sein. Weder hier oben noch da unten darf Licht sehen. Da wissen wir, dass es komplett parallel ist. Und wir es dann anmachen. Gedruckt halten, bis es blinkt und von selbst dann ausgeht. Und wir haben unsere 14 Grad. 14 Grad haben wir. Dann können wir jetzt den hier raus wollen. Und zum dritten Mal unser Messer einspannen. Ich bin mir nicht sicher, welche Winkel wir hier haben. Deswegen einmal markieren. Ich denke mal, dass wir mit einem Winkel von 20 Grad anfangen können. Ja, perfekt. 20 Grad sieht klasse aus. Wir werden schleifen mit unseren PDT Diamantsteinen. Ich finde die super. Also die gefallen mir richtig gut. Vor allem die groben. Boah, die haben einen Abtrag. Klasse. Legen wir los. Also wir fangen an mit dem 140er. Warum 140? Äh, 180. Warum fange ich damit an? Um einmal komplett. Auch wenn es passt. Aber trotzdem sehe ich, dass zum Beispiel hier ein bisschen weniger gebraucht wird da. Wobei, machen wir es mal was anderes. Testen wir, ob es ausreicht. Reicht es aus, eine neue Phase anzulegen, nur mit dem 50er Stein? Das ist natürlich eine gute Frage. Für diejenigen, die nicht so viel ausgeben möchten. Die Steine sind nicht günstig. Schaut mal im Shop vorbei. Aber eventuell, und das hoffe ich, und das ist meine Vermutung, dass wir es hinbekommen, nur mit drei Steinen. Das heißt 50, 40, 20, 14 und dann 7, 5. Das müsste eigentlich ausreichen. Probieren wir es mal aus. Also, sagen wir mal so, es ist machbar. Ich habe noch nicht die Geduld. Es ist schwer machbar, wenn du weißt, du hast einen gröberen Stein da. Bei mir sieht es nämlich so aus. So war das ungefähr, ja. Und jetzt bin ich hier an der Stelle am Schleifen und hier ist es ungefähr ein Zehntel Millimeter, der jedoch weggeschliffen werden muss. Das heißt, bis das weg ist und dann komme ich erst dahin, ja. Ich schalte um auf den 180er, um schneller voranzukommen. Machbar ist es, man muss nur ein bisschen Geduld mitbringen. Also, ich bin echt, echt versucht, nach dem 2014er Stein, 2014 war wieviel, 400er, nach dem 400er Stein schon aufzuhören. Es ist schön aggressiv. Klappt perfekt. Problemlos. Okay, das ist jetzt kein Filetmesser, mit dem wir jetzt Fisch auseinandernehmen, kommen. Sondern es ist ja auch eher gedacht für gröbere Sachen. Hören wir mal bei 2014 auf und schauen mal, was die Schärfe, äh, unser Schärfer-Tester dazu sagt. Ja. Schon in die richtige Richtung, oder? Ist noch nicht perfekt, aber gut, das ist auch 400er Stein. Oder 2014, ja. Papierchen. Und nicht vergessen, 20er-Winkel. Hm. Der Schnitt ist nicht ganz sauber. Ist ja auch klar. Ist ein 400er Stein. Mit einer Säge kann ich auch ein Brot schneiden. Ähm, mit einer Holzsäge. Geht auch, aber klar, dass das größere Krümel sind. So, schauen wir mal, was der, der Freund hier sagt. Ups, das ging schnell. War ich vielleicht ein bisschen zu schnell? Was hatten wir davor gehabt? 200, 260 bis 300 noch was, oder so. Aber wir haben die kleinste Zahl genommen, 260. So, noch einmal. Ups, neu. 180. Immer noch besser. Einen machen wir noch, wenn es da noch in der Range liegt. Da kann man sagen, ist gut. Ja, liegt in der Range. Ja, 160, 180, 190. Richtig aggressiv ist es auch. Klar, das funktioniert nicht, weil es, und doch, funktioniert aber nicht so sauber. Das Messer ist schön schwer. Also, das ist ein gutes Messer, um drauf zu hauen, weil es, also hat wirklich Gewicht. Ich meine, es war 190 Gramm oder so. Ah, können wir ja nachmessen. 280 Gramm sogar, das Messer. Ja, also man merkt es. Hat was. Was uns beim Schleifen noch aufgefallen ist, wer kann sagen, wofür diese Fake, das ist Phase, da ist. Zum Schneiden ist es ja nicht, aber, weiß nicht wofür. Also, das ist klar zum Daumen halten. Und hier das, wer es weiß, ist jetzt keine blöde Frage, nur damit ihr Kommentare schreibt, sondern wirklich, weil wir es nicht wissen. Ansonsten, schönes Messer. Es ist scharf geworden und was mich wundert, ist wirklich, dass es auch so gut ist mit dem, ähm, nur bis 2014, also nur bis 400er Stein. Klappt gut, sieht auch gut aus, schön leicht matt, wegen dem, äh, auch Diamant. Und, ja, danke sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und, äh, wenn du den Kanal unterstützen möchtest, gerne einen Daumen hoch geben, gerne auch unterschreiben oder abonnieren. Und, äh, noch lieber, schau mal beim Shop vorbei, sharpinato.de, der Versandhandel für Messerschleifgeräte, Messerschleifzubehör. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.